Ein weiteres Match hier. Es lief bisher ganz gut. In diesem Modus. Macht auch okay Spaß. Alleine, ich weiß nicht, wie es im Team so wäre, wenn man vier Leute kriegen würde. Das wäre ja ultra nice. So ein 4 gegen 4 mit vier Leuten im Pre. Das wäre schon sehr dick. Ja. Ne. Kauf das andere. Das war schon richtig, Mi. Kauf das andere. Das in der Mitte. Nein, das zwischen Deathcap. Das, ja das, nein, da drunter. Ja, das. Ja, genau. Ja, wieso nicht? Ne, AP heißt ja auch Heal. So ist es ja nicht. Ja, zurück. Das Match fängt an. Okay, drei Samurais. Und ein Wikinger gegen... Ja, gemischtes Pack. Okay. Ja, der Wildschirm ist echt lang. Das muss ja auch viel geladen werden. Das sieht ja auch schon sehr aufwendig aus. Also außer der Verbindungsprobleme, habe ich bisher nicht wirklich technische Mängel hier gefunden. Finde ich echt nice. Ja, genau. Ja. Ja schon. Ja. 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 Was? Ich bin mal da. Da ist grad einer weggerannt. Geh ich mal rein. Sneak mir den. Nur am... Decken. Blocken. Zack. Da sind drei. Drei Dudes. Zwei Dudes. Die laufen ein. Die rennen einen von mir in die Base. Oh wie geil. Und hier werdet ihr auch sterben. Sehr gut. Aber wir haben dadurch B verloren. Wie das. In der Zwischenzeit. Wir haben zwei mit der Zone C eingenommen. Ah, lol, was für'n Spacko. Ah, lol, was für'n Spacko. Ah, lol, was für'n Spacko. So, ab zu C. Und dann schauen wir mal weiter. Ah, ok, B haben wir frisch verloren. Zone C, eingenommen. Zone C verloren. Zone A verloren. Rennnn. Jetzt versuche ich mal A eben zu erledigen. Zu erobern. Zone A eingenommen. Ich will gleich einer angetackelt kommen. Und schon. Ich will gleich angetackelt. Ich will gleich angetackelt. Wo sind die denn alle? Wo sind die denn alle? Jetzt haben wir zwei erledigt Der dritte So und wo ist der letzte? Wo verkriecht er sich? Der Herr Wo ist der denn alle? Der Herr 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 Oh wow Der Herr Ich habe mich runtergeschmissen Ok ich kann da nochmal hin und Auf den Platz Oh, da haben wir einen. Ja, fette Scheiß. Was haben wir schon? Ah, habe ich schon anscheinend. So, dann gehe ich hier mal raus. Anpassen, Helden. Premium-Paket. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, ey. Würde ich doch lieber warten. 500 und direkt. Ja, das ist gut. Das ist doch mal drin. Ja, ist cool. Die Sonne ist auch overpowered. Ja, auf dieser Map. Ja. 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 Da kochen doch Sorak. Also, ich kann nicht. Ach. Das ist ja ein Bordelstück. Uiuiuiuiui, er rennt. Oh crap. Oh crap. Was? Runde 2. Oh wow. Was ist der denn für eine krasse Rüstung? Alter. Boah, ich werd hier gestorben. Wie viel kriegt man denn dann dafür? Nix? Doch, 18. Oh je. Ich mach mal One on Ones. Vielleicht ist das ja irgendwie... Ich hab noch keins gemacht. Deswegen, mal schauen. Ich wollt, äh... Genau. Die Dinger hier. Was ist das? Spieler gegen Spieler. Handgemenge. Ach so. So. Das hier hätte ich... Das hätte ich voll oft schon zusammenbekommen. Na gut, machen wir das so. Jetzt muss ich so 10... Duelle. Mal schauen. So. Cedric Johnny. Der will mich platt machen. Kein Problem. Boah. Das ist schwierig. Hat auch noch ein viel höheres Level als ich. Es geht ab ey. Wunde eins. Was nicht anfangen? Nein. Wunde eins. Du bist ja jetzt. Das ist ja jetzt. Wunde eins. Wir müssen die Juden anwirkung. Wunde eins. Wunde eins. erst mal. Alter, ich hab ihn doch fast erledigt. Wow. Ich hab ihn doch nicht. Wow, der will mich zermürben. Wow. Ist ja richtig zum Kotzen mit diesem Dot. Wunder drei. Wunder drei. Wunder drei. Das war's für heute. Oh, wow, ey. Das ist echt... Richtig, ey, ich kreier. Ich kreier nach ihm. Ich will nicht nochmal hingehen. Was ist das denn, ey? Ansonsten, wenn's hier nicht so gut... Dann mach ich ein paar... Gegen die KI... Oder ein paar Herrschaftsmatches. Auch nicht schlecht. Irgendwie... Muss ja nochmal schauen. Aber das, das ist ein fairer Kampf. Das sind fairer... Nee, der ist... Niedriger gelevelt, aber ich glaub das ist nicht so schlimm. Runde 1 Oh, wow. Das... Ja, okay, der war jetzt nicht so... War aber ein bisschen Glück. Ach, der will mich auch. Ja. 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 Ach, der will mich auch zermürgen. Das ist ja zum Kotzen. Hm. 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 Und mit Geh. Ach. da hat er mich zerschlagen auf der brücke aber das glaube ich auch ich erledige den und dann werde ich den part erstmal ich will mich erledigen hier er zieht gleich auf na ja 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 zack ey boah das war super intens und Meinetwegen, ach er ist rausgegangen, werden wir den Part hier, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis dann.